Dschungelcamp. Hat sie deshalb gewonnen? Lucy Diakowska durchschaut RTL-Masche. Um möglichst wenige Essensprüfungen machen zu müssen, ist Lucy Diakowska mit einem Plan ins Dschungelcamp gezogen. Taktik. Lucy Diakowska behielt ihre größte Phobie für sich. Sie war die gute Seele im australischen Busch, die Camp-Mutti, die für Sicherheit und Ordnung gesorgt hat. Und jetzt trägt Lucy Diakowska, 47, den Titel Dschungelkönigin. Anfangs noch keine große Favoritin. Kämpfte sie sich Tag für Tag mehr in die Herzen der Zuschauer, was wohl nicht zuletzt auch an ihrem Ehrgeiz bei den Dschungelprüfungen lag. Um bei den Prüfungen zu glänzen, hat die Sängerin sich vorher eine Taktik überlegt. Denn wie die meisten Stars hatte auch sie Bammel vor Kamelpenis, Fischaugen und Co. und wollte eine Essensprüfung unbedingt vermeiden. Bei der RTL-Pressekonferenz am Montagmorgen erklärt die 47-Jährige, ich habe einen starken Würgereflex und einen recht kleinen Mund. Daher wusste ich, das wird schwer. Das habe sie im Vorfeld bewusst vor RTL und den Zuschauern verheimlicht. Ich habe das niemandem mitgeteilt, damit ich nicht extra mit einer Essensprüfung hereingelegt werde. Zu wenig zugetraut? Lucy absolviert finale Dschungelprüfung mit Brava. Dass RTL die Stars in den Prüfungen gerne mal mit ihren größten Ängsten und Phobien konfrontiert, hat Lucy gut analysiert. Und doch ist ihre Theorie nicht ganz aufgegangen. Im Finale musste sie trotzdem ran, auch wenn sie selbst schuld daran ist. Von drei zur Auswahl stehenden Prüfungen wählte sie ausgerechnet Energy und bekam somit einige einheimische Delikatessen vorgesetzt. Doch zur großen Überraschung gab es kein Würgen, fast wirkte es, als würde Lucy sogar Gefallen an der Prüfung haben, vier Sterne gehörten am Ende ihr. Während 24 Tim, 23, sogar alle fünf Sterne ergattern konnte, brach Leila Lahua, 27, auch ihre finale Prüfung ab.